Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Modulvorstellung. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe letztes Mal über den One-Page-Parser geredet und generell ein bisschen über die Module und heute geht es mal direkt los. Ich möchte euch zwei Module vorstellen, die sich mit Audio beschäftigen. Und zwar wäre das einmal Maestro, ich zeige euch das einfach gleich mal. Und dann gibt es noch das Tool, das nennt sich Playlist Drag & Drop. Und das klingt ein bisschen öde, aber das ist wirklich praktisch. Also da gibt es Situationen, wo man das gut nutzen kann. Ja, wir sind jetzt mal wieder hier in meiner kleinen Salzmarschkarte, die ich mal gebastelt habe. Und ich habe ja letztes Mal diesen Papierdunton gemacht mit diesem One-Page-Parser, ihr erinnert euch. Und den habe ich ein bisschen modifiziert. Denn ich finde, das sieht ein bisschen langweilig aus. Mit dem weißen irgendwas habe ich halt einen anderen Hintergrund festgelegt. Wie das geht, wenn ihr das wissen wollt, wie das geht, das kann ich gerne nochmal in einem separaten Video machen. Da habe ich mit GIMP gearbeitet. Das ist eine kostenlose Bildbearbeitungssoftware. Im Prinzip müsst ihr nur die PNG, die dieser One-Page-Parser rauskmeist, modifizieren. Das ist relativ einfach. Kann ich gerne nochmal zeigen. Deswegen, ja, jedenfalls, ihr erinnert euch, hier ist unser Held Krusk, der letztes Mal ein wenig sich in diesem neuen dann schon zurechtgefunden hat. Und Krusk findet das aber ein bisschen langweilig hier. Und ich ja auch. So, deswegen haben wir uns zwei Audio-Tools installiert, die ich mir erstmal grob angeguckt habe. Wir werden die jetzt zusammen entdecken. Weil, ich finde, wenn ihr das irgendwie rauskriegen müsst, wie das funktioniert, muss ich das auch. So kompliziert scheint das aber nicht zu sein. Also, wir fangen mal mit etwas ganz Einfachem an. Und zwar, ja, die Tür hier ist verschlossen. So, und zwar gehen wir doch jetzt mal durch den Danturnier. So. Groß geht jetzt mal hier so durch. So, und dann machen wir hier die Tür auf. Und, oh nein, ein Ghul, den bekämpfen wir später mal. Ghul, wartet jetzt mal bitte ein bisschen. Und jetzt kommen wir hier in diesen Raum. Und hier ist jetzt, würde ich jetzt mal sagen, ein Brunnen. Ja, das sieht aus, würde ich jetzt mal als Brunnen bezeichnen. Wenn ich mir jetzt ein bisschen Mühe gegeben hätte, hätte ich dann noch so Wasser reingemalt und so. Aber ich finde, das sieht aus wie ein Brunnen. Aber Krusk kommt hier rein und es ist ruhig. Grundsätzlich ist es natürlich hier sehr ruhig. Ich habe keine Hintergrundmusik drin. Aber genau dafür gibt es jetzt den sogenannten, sogenannte Tool, Playlist, Drag & Drop. Und zwar habe ich da mal was vorbereitet. Ihr seht hier meine Sounds. Ich habe für heute ein paar Sounds vorbereitet. Und ich habe das Modul Playlist, Drag & Drop aktiviert. Ich werde das auch nochmal verlinken, wenn ihr das jetzt nicht auf Anhieb findet. Und jetzt geht Krusk erstmal wie hier raus. Wir haben jetzt eine kleine Überraschung für ihn. Denn wir werden jetzt einfach den Brunnen-Sound, den ich mir bei YouTube runtergeladen habe, einfach hier hinziehen. Und dann seht ihr auch schon, hier ist jetzt dieses Audiosymbol. Wir haben hier auch links dieses Umgebungsgeräusche, diesen Reiter für Umgebungsgeräusche. Da haben wir einmal hier das Platzieren von Umgebungsgeräuschen und einmal hier das Löschen von Umgebungsgeräuschen. So, damit kann man alle Geräusche auf der Karte löschen. Ich kann das hier einfach markieren und entfernen drücken. Dann ist das Geräusch auch wieder weg. Ich ziehe das jetzt hier hin und dann machen wir mal einen Doppelklick hier drauf und dann gucken wir uns mal die Einstellung dazu an. Und zwar gibt es hier Soundtyp lokales Geräusch oder globales Geräusch. Ich würde sagen, der Unterschied, ich habe das noch nicht ganz festgestellt, aber der Unterschied ist, dass das lokale Geräusch tatsächlich durch Mauern begrenzt wird und das globale Geräusch nicht. Das können wir ja mal feststellen. Wir sehen jetzt hier gerade diese Balken. Man sieht, das ist eingerahmt von den Mauern. Ich stelle das mal auf global und dann sehen wir genau das, was ich vermutet habe. Die Mauern begrenzen das globale Geräusch nicht. Aber wir wollen jetzt mal das lokale Geräusch machen und dann sehen wir, die Mauern begrenzen das Geräusch. Hier ist dieser Rahmen. Ich hoffe, das ist gut zu erkennen. Das ist für mich schon teilweise ein bisschen schwer zu erkennen. Denn wir sehen hier, wir haben hier diese Mauern und anhand dieser Mauern bewegt sich jetzt das Geräusch. So, jetzt haben wir noch mehr Einstellmöglichkeiten. Ich mache mal einen Doppelklick hier drauf und dann sehen wir halt die Koordinaten. Wenn ich das vertriebe, ändern sich die Koordinaten. Und vor allem den Radius. Wie laut ist denn der Brunnen? Ich kann den Radius ein bisschen kleiner stellen, zum Beispiel jetzt hier auf 10. Dann ist der Klang komplett nur in diesem Raum. Aber das wird gar keinen Sinn machen, warum sollte man den hier nicht mehr hören? Aber hier, daher setze ich das doch mal zurück auf die 20. Dann gibt es noch eine maximale Lautstärke. Ich stelle es mal ein bisschen kleiner, nicht, dass ich gleich nicht mehr zu hören bin. Und dann gibt es hier noch die Funktion Lautstärke anpassen. Ich kann das deaktivieren, dann ist der Klang immer gleich laut, egal wo die Figur ist. Oder ich stelle es hier ein und dann je weiter die Figur weg ist, desto leiser ist der Klang. Also, das ist realistischer. So, dann gehen wir doch mal zu Krusk. Krusk ist jetzt hier unterwegs und hört gerade nichts. Krusk nähert sich jetzt dem Brunnen. Ich glaube, jetzt so langsam müsste Krusk im Audio-Bereich des Brunnen sein. Hören wir schon was? Ja, tatsächlich. Und wir hören auch, wir näher, wir kommen, desto lauter wird es. Weg, weg, leiser, leiser, aus. So, also, das Tool funktioniert ganz gut. Wie ist das denn jetzt, wenn ich die Tür zu mache? Hören wir da noch was? Ne, Tür zu, aus. Aber gut, also, das ist jetzt der Playlist Drag & Drop. Und das praktische ist wirklich, es gibt auch andere Module, das weiß ich, die das auch schon vorher angeboten haben. Aber mit diesem Drag & Drop, das ist halt wirklich praktisch. Ich ziehe das aus der Playlist und der Sound ist da. So, jetzt lösche ich das aber mal wieder, weil das ist jetzt gerade egal. Und Krusk erinnert sich, er hat ja hier noch gegen diesen Ghoul kämpfen wollen. Ja, der Ghoul, der hat richtig schlechte Laune. Jetzt haben wir ja hier noch eine andere Kleinigkeit und zwar, Krusk guckt immer in die gleiche Richtung. So, das werden wir uns das nächste Mal angucken, wie wir das eigentlich ändern können. Ich spiele in meiner Runde tatsächlich nicht mit diesen realen Vogelperspektiven-Tokens, sondern ich benutze immer solche Bottle Caps, also solche Bildchen eingerahmt. Das ist einfach einfacher, vor allem von der Vorbereitung her. Wie ihr die macht, kann ich euch auch gerne irgendwann mal zeigen. Aber jetzt geht es erstmal um Maestro. So, nachdem wir uns jetzt das Playlist Drag & Drop angeguckt haben, gucken wir uns jetzt mal Maestro an. Und zwar hat Maestro mehrere Funktionen. Ich möchte euch davon mal drei zeigen. Ein paar habe ich mir angeguckt, die halte ich für sinnlos. Aber ich verlinke euch das mal, da könnt ihr euch auf der GitHub-Seite mal angucken, umgucken, was ihr da so rauszieht. Ich nehme jetzt mal die drei meiner Meinung nach sparsigsten kleinen Tools. Das sind ja auch alles keine Notwendigkeiten, ich finde es aber ganz praktisch. Wir haben jetzt hier den Ghoul und da oben gibt es einen Reiter, der nennt sich Hype. Hype. Jetzt kann ich da draufklicken und einen Hype-Track aussuchen. Ah, Moment, ich muss erstmal Hype-Tracks festlegen. Und zwar gehe ich jetzt hier in diesen neuen Reiter, der sich Hype-Tracks nennt. Da muss ich jetzt erstmal einen Sound einbinden. Ich gehe jetzt mal hier in meine Playlist und mache jetzt mal hier Brüllen für meinen Ghoul. Immer wenn ich den anwähle, soll der so ein Brüll-Geroll machen. Jetzt gehe ich mal bei mir in die Soundbar. Wo ist hier denn Audio? Dann Sounds, habe ich das irgendwie festgelegt. Brüllen und dann habe ich hier dieses Gurgel-Brüllen für den Ghoul vorhin mal fertig gemacht. Und dann gehen wir auf Titel aktualisieren. Und jetzt, wenn ich jetzt den Kampf starte, ich mache mal Kampf beginnen. Und starte den Kampf. Ich mache bei beiden die Initiative. Und dann fangen wir mal an mit Krusk. Und dann gehen wir mal durch. Und dann passiert gar nichts. Warum nicht? Warum funktioniert das nicht? Das sollte doch eigentlich, ach, vielleicht weil ich auf Pause geglückt habe? Moment. Nein, der brüllt nicht. Warum brüllt der nicht? Was soll das? Ach ja. Es kann natürlich nicht funktionieren, wenn ich diesen Hype-Track nicht auch ausgewählt habe. Und zwar, mein Ghoul muss natürlich Brüllen als Hype-Track eingebunden haben. Riege ich mal auf den Ghoul. So. Und wir machen den Kampf mal weiter. Da. Der Ghoul ist dran. Krusk ist dran. Ist noch stumm. Der Ghoul ist wieder dran. Er brüllt. Krust ist dran. Der Ghoul ist dran. Er brüllt. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Vielleicht auch nicht. Ihr könnt ganz viele Hype-Tracks einbinden. Ihr könnt für jede Kreatur einen anderen machen. Ihr könnt für eure Helden auch diese, sagen wir mal aus Baldur's Gate oder Neverwinter Nights oder diese ganzen modernen Spiele, wo jedes Mal, wenn man jemanden anklickt, jemand sagt, ich bin bereit oder jawohl, Sir, ich erwarte neue Befehle oder sowas. Das könnt ihr dann halt für eure Charakter, für eure Helden festlegen. Und jedes Mal, wenn der dann im Kampf dran ist, dann kann der dann so einen tollen, ich bin bereit Sound machen. Das kann nerven. Das kann aber auch cool sein. Das hängt davon ab, was ihr für Sounds habt, wie kurz sie sind und wie viele Gegner da auch auf dem Bildschirm sind. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist das eine ganz, ganz coole Sache. Jetzt will aber Krusk... Jetzt kommt die zweite Funktion. Ich beende mal den Kampf. Ja, wir beenden den Kampf. Und das will aber Krusk hauen. Und zwar mit seinem Schwert. Aber das Schwert, wenn das haut, das macht ja keine Geräusche. Und dafür hat Maestro auch eine Lösung. Und zwar, wenn ich jetzt auf das Item gehe, also das Langschwert, dann gibt es hier oben den Item Track. Und dann kann ich jetzt hier wieder einen Sound aussuchen. Und zwar... Gucken wir mal, ob ich... Ja, genau. Und hier ist das ein bisschen einfacher. Hier habe ich nämlich schon eine Liste Sounds angelegt vorhin, weil ich habe ja mal was vorbereitet. Aber halt nicht in diesen kleinen Reitern hier. Und unter Sounds sind jetzt alle meine Sounds drin. Und da habe ich das Brüllen und auch das Schwert. Wir klicken jetzt mal auf Schwert. Das Schwert ist jetzt natürlich gerade noch stumm. Dafür muss der Krusk erstmal damit zuhauen. Jetzt geben wir mir das Schwert mal hier unten in die Makroleiste. Und jetzt will Krusk mal den Ghoul angreifen. Wir klicken. Wir hören ein Hau gerollt. Jedes Mal, wenn ich auf das Schwert klicke. Wir können da auch andere Sounds vereinbinden. Aber ich finde das ganz cool. Das macht insbesondere Sinn, wenn das mindestens bei den Spielercharakteren schon mal dabei ist. Weil wenn man das wirklich bei jedem Monster einmal eintritt, da ist der Vorbereitungszeitraum schon ein bisschen länger. Das dauert dann. Und dann könnt ihr auch noch die Kampfmusik starten lassen. Und zwar kennt ihr das ja. Normalerweise habt ihr die Kampfmusik, wenn ihr in eine Battlemap geht. Und dann habt ihr die Ton da aktiv. Weil was soll sonst in der Battlemap passieren? Aber vielleicht wollt ihr auch noch ein bisschen Rollenspiel in der Battlemap machen. Und dann ist die Kampfmusik da unpassend. Deswegen gibt es bei Maestro die Funktion, dass die Kampfmusik erst startet, wenn der Kampf startet. So, ich zeige euch mal, wie das geht. Und zwar habt ihr hier oben jetzt den Reiter Combat Track. Und zwar habt ihr dann da die Möglichkeit, eine Playlist auszusuchen. Und dann hier ein Lied von dieser Playlist. Das ist dann der Standardkampf-Sound. Das heißt, das ist immer dieser Sound, wenn ihr Kämpfe startet. Wenn euch das nervt, nehmt diese Funktion, Play Random Track. Das heißt, ihr habt dann hier die Combat Track Funktion und dann habt ihr mehrere Sounds da drin. Oder Play Playlist. Das heißt, er fängt dann immer von vorne diese Playlist an runterzureiten. Ich nehme jetzt aber diesen einen Sound, weil ich dann nur den einen drin habe. Und weil der gemeinfrei ist, den dürft ihr also frei nutzen. Solange ich erwähne, von wem der ist. Der ist von Erik Matthias. Das ist auch unser Kerkermeister-Sound. Unsere Startmusik. Ich werde das nochmal verlinken. Und die Seite ist auch ganz toll. Da könnt ihr euch mal ein bisschen umgucken. Da gibt es echt schöne Musik. Also, folgendes. Ich starte jetzt hier mit den beiden. Und die beiden haben richtig schlechte Laune. Die wollen kämpfen. Und der Guri, der ist hungrig. Und Krust ist sowieso nicht gut drauf. Jetzt starten wir hier. Meine Katze macht jetzt hier. Das macht jetzt hier auch Sounds. Muss ich mal aufnehmen. Für die nächste Katzenbegegnung. So, starten wir mal. Ach, Moment. Es passiert noch nichts. Denn Krust hat noch keine Initiative gewürfelt. Jetzt starten wir. Und der Kampf geht los. Epische Musik. Kerker-Weister-Stimmung. Ja, Krust kürtet jetzt in einem epischen Kampf. Und den Gull. Gull ist tot. Und beendet. Aber das habe ich noch nicht entdeckt. So. Das wäre das, was ich euch von Maestro zeigen wollte. Und das wäre auch das, was der Playlist Drag & Drop... Ach, meine Katze. Was Playlist Drag & Drop halt für Funktion hat. So, aber das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Ja, meine Katze hat Hunger. Und ich werde jetzt... Ich freue mich auf jeden Fall auf Feedback. Wenn ihr Module habt, die ihr mir empfehlen könnt, die ich mir mal anschauen soll, dann bitte kommentiert hier oder schreibt eine E-Mail an info at kerkermeister-podcast.de. Und ich glaube, ich mache jetzt hier Schluss. Bis zum nächsten Mal. Wenn es da wieder heißt, Modulvorstellungen oder so. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine richtigen offiziellen Titel dafür. Ich muss mal... Wenn ihr coole, fancy Namensvorschläge für diese Modulvorstellungsreihe habt, weil Foundry Modulvorstellung klingt völlig ein bisschen langweilig, gerne einsenden. Und jetzt ist Feierabend hier. Auf Wiedersehen. Tschüss.